So, jetzt, meine Damen und Herren, kommen vier junge Männer zu uns, die einen sehr interessanten Sport, weiß nicht, ob man das so sagen kann, zumindest ist es ein Sport, der einen Wettkampf, der Fähigkeiten benötigt, die eher im Gripsbereich liegen, denn sie müssen die Roboter programmieren, die dann nachher gegeneinander Fußball spielen. Und das haben sie so erfolgreich gemacht, dass sie 2009, 2010 und 2011 Weltmeister geworden sind. In 49 Spielen haben sie 49 Siege mit ihrem Roboter-Team errungen. Wie das funktioniert, sehen Sie gleich und Sie werden uns das erklären. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Robin, Marcel, Simon und Michel. So, herzlich willkommen. Wir werden gleich eine Partie, wie nennt sich das, Robo-Zocker? Robo-Zocker. Roboter-Fußball. Und ihr seid alle Studenten der Informatik? Richtig, Bachelor-Studenten der Informatik und wir... Halle Uni Bremen. Genau, wir machen halt das als Bachelor-Projekt. Man kann das als Bachelor-Projekt machen, diese Roboter programmieren. Nicht das bei RTL. Nein, genau. Und man kann das als Master-Projekt dann weitermachen, auf jeden Fall ist dann so der Wettkampf da und ein bisschen... Und da seid ihr offensichtlich sehr erfolgreich mit, denn ihr seid dreimal Weltmeister geworden, ja. Dreimal Weltmeister, gutes Torverhältnis, viermal in Folge die deutschen Meisterschaften gewonnen. Das heißt, ihr wisst, wie man den Robotern am ehesten sagt, was sie tun müssen. Oder ist da auch ein bisschen Glück dabei? Ja, es ist Glück dabei, es kommt natürlich auch auf den Code an, also was man da programmiert, aber auch sehr viel Planung, also wie ist das Team aufgestellt, wie organisiert man das, also mit dem Organisieren sind wir auch sehr stark, würde ich es behaupten, und das ist auch ein Vorteil, den man dann hat. Wir gehen vielleicht am besten schon mal rüber, um den Leuten mal zu zeigen, wie so ein Roboter überhaupt aussieht. Das wurde ja eine Zeit lang gerne mit so, ja, mit so autoähnlichen Robotern gespielt, aber die Roboter sind mittlerweile so weit, dass sie auf zwei Beinen laufen können. Genau, früher hatten wir die AIBOs, das waren kleine Hunde. Genau. Und die Liga entwickelt sich halt weiter, deswegen werden die Regeln jedes Jahr angepasst. Und mittlerweile haben wir halt humanoide Roboter. Und diese Roboter baut ihr aber nicht selber, sondern die gibt es so handelsübliche Roboter, oder was? Ja, da gibt es eine Hersteller aus Frankreich, die stellt ihn her, Aldeban Robotics, und da hat jeder praktisch in der SPL die Standardplattform League, wo wir daran teilnehmen, die gleichen Modelle, gleiche Roboter, da gibt es noch ein bisschen weiterentwickeltes, aber die haben dann mehr CPU-Leistung, oder man verwendet halt die, die haben jetzt für ungefähr so 500 Megahertz, kann man sich so vorstellen, so ein bisschen schlechter als so ein herkömmliches Smartphone. Aber die Software müsst ihr ihnen selber verpassen. Genau, die kommt praktisch leblos bei uns an und wir hauchen denen dann den Seel ein. Wir werden gleich sehen, das ist sehr interessant, diese Roboter können nicht nur auf zwei Beinen sehr sicher laufen, die können auch, wenn sie umfallen, super von alleine aufstehen, das sieht eigentlich schon fast aus wie bei Menschen. Ja, dann werft doch einfach mal einen Ball ins Spiel. Die haben Kameras und Sensoren, die können den Ball erkennen, richtig? Genau, die haben zwei Kameras, eine oben, eine unten. Sie haben Ultraschall, das ist mehr im vorderen Bereich, da müssen wir noch ein bisschen daran arbeiten, das ist nicht ganz perfekt, und sie können miteinander kommunizieren. Das heißt, wenn der Roboter den Ball sieht, dann kann er dem Torwart zum Beispiel sagen, ey, pass mal auf, dahin ist der Ball, oder umgekehrt. Ah, okay. Aber über WLAN, also sie reden nicht, das können sie auch, aber Kommunikation über WLAN. Okay, und das Team mit dem rosa Ländenschutz erkennt auch, dass das Team hier mit dem blauen Ländenschutz ein anderes ist. Genau. Die erkennen sich dann an der Farbe, oder wie? Ja, genau, es gibt zwei Farben, zwei Teamfarben, immer rosa und blau, und daran können die auch sehen, dass sie sich zum Beispiel nicht zu sehr umrampeln. Ja. Wir können die einfach mal jetzt starten. Ja, pfeifen wir mal an. Du drückst auf den Knopf und ab jetzt ist alles Zufall, du beeinflusst direkt nichts mehr. Genau, das ist der Schiedsrichterrechner, der sagt den Robotern, dass das Spiel losgeht, oder wenn ein Tor gefallen ist, für wen das Tor gefallen ist, danach wissen die, wo sie wieder hingehen sollen. Okay. Das heißt, ich klicke jetzt hier an. Der Rest ist halt komplett autonom. Also die haben selbst einen Computer jeweils. Jetzt gucken sie, jetzt gucken sie erstmal, scannen alles ab. Okay, sie lokalisieren sich. Okay, guck mal. Wir sehen übrigens gerade Deutschland gegen Portugal, so vorgezogen jetzt das erste Spiel der EM. Ja, so jetzt, ja, nee. Nicht richtig gesehen, der Ball. Aber das schwierige ist. Ja, okay. Aber das schwierige ist. So, zack, und wenn er aus ist, dann was dann? Was passiert jetzt? Die würden dich als ein Hindernis erkennen, wenn sie dicht vor dir stehen. Ansonsten würde ich wahrscheinlich ignorieren. Also ich könnte auch mitspielen, theoretisch. Ja. Wenn ich so gehen würde. So, jetzt ist er aber noch nicht dran vorbeigekommen. Jetzt wird es spannend. Genau, das ist immer eine große Herausforderung. An Roboter vorbei. Die merken halt, dass sie jemand an und am Arm rammeln. So, jetzt müsste der Torwart rauskommen. Da, er bewegt sich schon. Aber da kommt der Stürmer von Deutschland. Ist es Deutschland? Ja. Ja, pass. Okay, aber in die falsche Richtung. Er hätte doch aufs Tor schießen können. Oh, ja. Ja, und, oh. Aber jetzt hat er den Ball hinter sich. Ja, ja, ja. Hat den Ball hinter sich. Nein, nein. Ja, was jetzt? Ah! Da muss man den doch reinmachen. Ja, kann mal passieren. Ansonsten, man heißt Arjen Robben. So, jetzt musst du den Ball wieder neu einwerfen. Aber die sind auch immer so unterwegs. Die hören nie auf zu laufen, wie so ein Jogger an der Ampel. Die immer so. Also, die laufen schon ziemlich gut. Früher sind sie halt langsamer gelaufen. Colin von uns aus dem Team, der hat das halt sehr gut programmiert mit dem Laufen. Also, das sieht schon deutlich besser aus als noch vor Jahren. So, guck mal, was soll das denn jetzt werden? Ja. Eine Art, äh... So ein bisschen Abwehr. Ja. Das ist mehr so... Ja. Portugal muss noch ein bisschen raus. Portugal muss noch ein bisschen kommen. Ja. Aber der Deutsche spielt ja jetzt, wer ist das, Boateng oder was? Oh, das weiß ich nicht. Spielt den Ball natürlich jetzt in die eigene Hälfte. Ah! Muss man da nachhelfen? Er ist vermutlich gerade, man muss es erklären, er schießt den Ball zur Seite raus, weil er ist gerade verwirrt. Ja, das mag ich, wie das er verwirrt ist. Okay. Und mit diesem Team habt ihr also dreimal die Weltmeisterschaft gewonnen. Ja. Das wäre erstaunlich. Also, bis zum nächsten... Das heißt, die anderen sind noch schlechter? Ja. Die Argen hatten wir über ein ganzes Jahr und über ein ganzes Jahr laufen sie nie so ganz perfekt. Und dann so eine Woche vorher, wird das alles noch... Oh, das Eigentor, sehe ich jetzt etwa das Eigentor? Nein! Nein, schießt nicht! Oh! Das ist ja jetzt schief gelaufen. Aber schwieriger ist, weil wir regeln ja jedes Mal. Aber guck mal, steht die da auf? Ja. Zack! Ja, was war jetzt das Problem? Genau, also die Tore sind beide gelb. Deswegen ist es natürlich für den Roboter erstmal schwierig zu erkennen, welches denn jetzt das eigene, welches das gegnerische ist. Und dann kann es halt schon mal passieren, dass der Roboter sich irgendwie dreht oder so und dann denkt, oh, das gegnerische Tor. Oh, guck mal. Ah, jetzt guckt er erstmal, wo ist der Ball? Ja, das... Genau, ich habe ja eben... Ah, jetzt, okay. Gott, jetzt dribbelt er. Von dieser Regelverschärfung erzählt. Und das ist halt seit diesem Jahr erst, dass beide Tore die gleiche Farbe haben. Ja, vorher war ein Tor blau und die wussten, dass sie ein blaues Tor sehen. Ah! Stürmerfaul, würde ich sagen. Aber guck mal, wie er aufsteht. Das finde ich super. Zack! Und da ist er schon wieder. Kommt schon gleich der Nächste. Also kommt schon der Nächste. Jetzt musste er natürlich steil gehen. Ja, da. Zack. Und was jetzt? Komm, komm, komm. Oh! Jetzt könnte Portugal ein Konter. Aber die Portugiesen sind irgendwie, sagen wir mal, ein bisschen lahm. Ja, war noch nicht im Trescamp, glaube ich. So, guck mal, jetzt aber vorbeigehen. So, jetzt hat er ihn gesehen. Jetzt sieht man, er hat ihn gesehen. Man kann das an den Augen erkennen. Aber da steht jetzt der Portugiese. Oh, böse ist faul. So, jetzt geht es aber zur Sache hier. Muss ja der Schiedsrichter nicht eingreifen bei Rudelbildung. Ja, das nennt sich offiziell Pushing, wenn die immer gegeneinander klatschen. Jetzt hat der Portugiese den Ball. Ja, das ist aber klein, klein eher. Und da kommt der Deutsche. Ah! Oh, 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 jetzt tritt der eigene Mann den Krankenhaus reif oder so. Guck mal hier. Ah! Ja, jetzt geht es aber zur Sache. Ist das vorführeffekt. Ja. Man merkt, dass... Ja, jetzt kommt er wieder. Ich sag mal, in 50 Jahren spielen alle so Fußball. Oder? Oh, das wäre ja ein Rückschritt. Was ist denn das Ziel? Sozusagen die Weiterentwicklung dieser Roboter oder der Weiterentwicklung der Software, dass die Roboter dann vielleicht nicht nur Fußball spielen können, sondern den Menschen bedienen können zum Beispiel. Ja, genau. Und zum Beispiel Pflege ist jetzt ja auch so ein Fall. Da müssen ja auch viel Personal eingesetzt werden. Da kann man in die Richtung vielleicht auch weiterarbeiten. Also Seniorenpflege zum Beispiel. Ja, nicht nur hauptsächlich, aber sowas wäre zum Beispiel auch... Ja, mit diesem Team würde ich es noch nicht probieren, aber... Das wären aber zum Beispiel auch Anwendungsgebiete, die natürlich sehr wichtig sind. Ja. Man hat sich auch das Ziel gesetzt, bis 2050, natürlich mit dann besseren Robotern, den menschlichen Fußball-Weltmeister zu schlagen. Das ist sehr ambitioniert, weil man hat 2000 mit Schachcomputern jeden Mensch schlagen können, da hat man sich das als neues Ziel gesetzt und wir sind dann auch in den Kinderschuhen. Da bin ich mal gespannt, ob 2050 eine Robotermannschaft den Weltmeister schlagen kann. Ich sag mal, hin und wieder blitzt hier so ein bisschen Erotisches auf, kann das sein? Ja, genau. Auch so, wenn die Augen rot leuchten, dann heißt das jetzt zur Zeit, er hat den Ball gesehen. Er ist auf dem Weg zum nächsten Eigentor hier. Ja, müsste ihm eigentlich gleich sagen, dass er in die falsche Richtung rennt. Tut er aber nicht. Oh, schlägt sich so hin. Also schon zwei Eigentore der deutschen Mannschaft. So, da ist das Spiel zu Ende. Deutschland schlägt sich selber mit 2 zu 0. Also ist aber sehr interessant zu sehen. Macht Spaß. Ja, und es klappert halt so ein bisschen, für zu Hause ist das erstmal nichts, oder? Ne, ist auch teuer, eine teure Angelegenheit. Was kostet so ein Roboter? Der kostet jetzt so wie wir Sie haben, 3000 Euro als Privatperson. Pro Spieler? Pro Spieler. Als Privatperson muss man schon 12.000 Euro pro Roboter hinlegen. Okay, das heißt eine Mannschaft nicht unter 36.000 Euro. So in die Richtung, ja, ganz genau. Gut. Eure Angelegenheit. Ja. Warten wir erstmal ab, ne? Die Entwicklung, bis sie auch was können, ne? Dann Walter viel Spaß. Ja. Und dann viel Glück im Trainingslager für die nächste Weltmeisterschaft. Die geht jetzt in Mexiko mit der Bühne im Juni. Genau, vom 18. bis zum 24. Da ist die Mexiko, die Weltmeisterschaft. Trittet ihr mit der Mannschaft hier an, oder? Mit der Mannschaft? Dann drück ich mal fest die Daumen. Ja, dankeschön. Nicht so viele Eigentore vielleicht. Ja, gut, das schaffen wir. Wir müssen ein bisschen fixen noch und dann läuft das alles. Aber man sieht, wohin die Reise gehen kann. Ja. Viel Spaß und vielen Dank nochmal. Ja, kein Problem. Applaus, meine Damen und Herren, für die Robo-Soccer-Weltmeister. So.